Wo ist mein Getränkeglas da? Goil. Agua. Agua con girls. Okay, weiter. Achso, oh, warte, 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 warte. Guck mal, mein Stream. Ich kann nicht eine Kapsel öffnen. Hä? Oh, was, ich hatte gerade 180. Warte, ich muss das einmal kurz refreshen. Ich habe 180 gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was, wirklich? Ah, ich dachte schon. Hä? Ich habe gerade 20 bekommen. Aber jetzt habe ich nur 180. Aber ich hatte schon 180. Ich muss mal neu starten. Ey, das ist ja mal voll der Scheiß. Hä? Hallo, was zur Hölle? Das ist doch mal voll der Scheiß. Na, ohne Witz, ich hatte 200. Wenn ich jetzt diese 20 Punkte nicht kriege. Hm. Oh, oh, oh. Where's the next bar? Need to be or to hope it's not too far. Oh, oh, oh. War voll der Bescheid, aber... Ah, ich mochte das Lied voll. 200. Geht doch. Und der will dann streamen. Bereit. Hm, du streamst hier nicht. Hm, leicht. Ich kann mal versuchen, ob ich wieder... ...reinkomme. Ich habe auch noch mal gestreamt. Nee. Fehler 2000. Hm. Dann guck mal in den anderen Stream. Mhm. Bereit? Ja. Okay. Irgend so ein komischer Dudleys hin. Hm. Aber nur noch eins und dann krieg ich irgendwas Cooles. Hm. Hm, okay. Danke sehr. Okay, bin bereit. Okay. 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 are. Um. Okay. multiskerini. Okay. Balu, möchtest du meine Pullover? Tada! Den kann man auf Spreadshirt.com in meinem Merch-Shop. Wurdert! Okay, danke sehr. Wollte ich nur kurz sagen. Sauno. Toilet-Water. Nein, nein, nein. Wir trinken nicht Toilet-Water. Ja, das ist gut. Danke. Danke. Well, we have kind of spring here in Germany. You know, it's not too cold and not too warm and I don't know. It's too warm for Pullover, but too cold for shirt. So, I don't know. Ich nöb mir mal AP. Okay, yeah. And fire. Kind of. Yeah, true. It's because I'm burning for you. Hm? Let's crank the block. Oh, gar nichts. Ohne Witz. Nix. Und kill. Warte, dann hast du jetzt schon Admin, ne? Und kill 400 Leben. Ja. Ich kann es nicht einsammeln. Meins. Okay, also ich habe einen Laser-Corps-Admin-Starch. Irgendwie sowas. Mhm. Noch ein Blitzcrank. Was kann ich dir Gutes tun? Lotion? Warte, bitte erstmal abriss. Nicht meine Sachen machen, dann kann ich so sagen. Ja, aber ich kann dir jetzt trotzdem schon mal was kaufen. Lutz. Hab ich. Oder ein Etzelschmetzl. Den habe ich nicht. Hm. Gute Etzelschmetzl. Ah! Ich hole mir jetzt nie im Leben diese Scheiß-Underground-Heart. Warum kriege ich einen Underground-Heart? Wheelie, soll ich das machen? Underground-Heart? Ähm, mach doch. Ich habe eine Kale für dich. Soll ich dir die Keile schicken? Ja. Ja, mach mal. Mhm. Mhm. Ähm. Dann habe ich jetzt drei Undergroundies. Mhm. Hm. Dann versuche ich auf Infinity und Underground zu gehen und irgendwann wechsle ich auf 1000 Gold, ne? Mhm. Ich muss euch nochmal kurz die Bildliste hier anschauen. Ohohohoho. Wer ist da? Weiß ich auch noch was. 1000 Gold, ne? Was war das immer? Was war das immer? Das hab ich irgendwie mal per Zufall gesehen. Das war aber furchtbar. Hm? Achso. Was? Was? Ich gewinne? Nein, ich gewinne nicht. Geil. Nur ein Hit. Oh, weini. Ich hab verloren. Oh, ich auch. Aber, Underground, ne? Und so. Hm. Let's go. Ash. Ja, dann geh ich so auf. Ach, verdammt. Da brauche ich ein S. S. Ecosamira Fiddle Sticks. Okay. Okay. Ich guck mal. Das wird ne wilde Geschichte, was ich hier fabriziere. Und mit wild meine ich. Wild. Also jetzt auf jeden Fall nicht rollen, sondern chillen, ne? Ne, rollen tue ich nicht, ne. Gut. Aber chillen tue ich auch nicht. Ja, ich muss. Ich muss. Achso, für Underground? Ja, Underground gibt mir keinen Vorteil. Ich muss. Ja, gut. Aber, ne? Es ist Losing Spree Time. Weil ich hab ne Sona. Ne. Bei mir ist es Underground. Ja, richtig. Ja. Aber jetzt hast du ne. Okay. Dann hat sich das gelohnt. Ja. Level 5 schon. Ja, ich geb hier richtig Gas. Ja, ja. Weißt du, so richtig. Wenn du ihn ja so siehst, würde ich den nehmen. Und jetzt? Ansonsten auch. Äh. Okay. Okay. Oder einen silbernen Blitzcrank, dann ist der Gold. Was? Okay. Achso, einen silbernen. Ich hatte grad nur noch einen. Ich hab grad gerechnet, wie zur Hölle. Ich hatte ja schon mal auch zwei, dreien goldenen. Einmal. Aber den Zusammenhang weiß ich grad gar nicht mehr. Cheat. Hey. Was zur Hölle? Nein. So ein S bräuchte ich, ne? Hältst du die Augen offen für eine S-Ausschmerze? Ich hab gewonnen. Und du hast verloren. Echt? Ich hab für dich verloren. Geil. Punkte gehen hoch. Ich hab noch einen Schaden gekriegt. Echt? Das ist toll. Äh. Was nehm ich? Ich nehm ich Spadula. Ich nehm den ja so. Spadl, Spadl, Spadl. Spadl, Spadl, Spadl. Spadl. Spadl auch sehr gut gewesen wär. Tatsächlich. Die Kamill. Ja. Dann hätt ich jetzt vier Admins. Oh, die Spadl ist weg. Oh nein. Oh. Spadl wär richtig gut gewesen. Scheißel, Scheißel, Scheißel. Keine, keine Spadl. Ja, so hast du gesagt. Hab ich schon, hab ich schon. Oh, und hier ist die Kamill. Okay. Was tue ich hier mit meinem Leben? Ähm. Ich hätte eins hier so. Das kann ich dir auch schicken. Bringt dir das irgendwas? Mhm. Ne. Ich hab sieben Gold. Ich will irgendwann den kaufen wollen. Dann nicht. Okay. Na 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 na. La 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 la. Ich schaff's nicht. Ah, komm schon, Sona, du hast nur einen Q zu ballen. Oh! Oh! Und jetzt kommt der Schuss. Ein HP. Sona ist aber auch einer, ne? Ein HP, Luis, ist doch super. Ich mein, du hast leider nicht... Ja, aber ich hätte halt gern lieber gewonnen, weißt du. Ach. Ja. Ach, Quatsch. Ja, sie lasst verkaufen. Gewinnen ist für Verlierer. Gewinnen ist für Verlierer. Sagt man das nicht so? Ja, 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 ja. Bin ich hart bei dir. Hallo, Jojo. Na, das ist feinig. Cupcakes with a paper. Okay. You mean, I hope you don't eat the paper. Oh, Prankster. Hm. Well, you do. Prankster-Emblem. Kurier, oh no. Ja, Gegner. Hatte ich auch schon gehabt. Habe ich auch nicht besiegt. Aber eine Wayne ist doch kein Prankster, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Also, sagen wir mal so 50-50. Ah. Oh nein, der Gegner kriegt Hilfe. Wheelie. Ist das eine Vex? Hey, das sind meine. Aua. Ein HP. Ein HP Schaden. Ach so, Leute. Ich dachte, wir hätten jetzt ein HP. Nur ein Schaden. Nee, ein Schaden nur. Alles gut. Gut. Hehe, okay. Ähm. Hier ist es nichts zum Verschicken da. Ich muss einfach nur hochkommen irgendwie mit meinem Alles. Levelchen. Hm. Brauch für mein Bild. Soll ich dir mal vorlesen? Eins, zwei, drei, vier. Fünf Goldene. Ja, cool. Denkst du, da shoppe ich? Er muss auf jeden Fall das Geld Cashout nehmen. Äh, Wayne, brauchst du? Nee. Okay, sorry. Ich hab schon wieder vergessen, was du brauchst. Ganz ein Brawler-Admin-Laser-Korpse. Brawler-Admin-Laser-Korpse. Nice, okay. Ich hab's geschafft. Keine. Silber. Ist doch schon mal schön. Ich hab leider noch keinen S, denn das tut mir ein bisschen weh. Oh, du hast den S. Kannst du mir den schicken? Oh, ja. Ähm. Hätte ich auch so gemacht. Keine Sona? Nee, der SS ist mein letzter, der fehlt. Okay, dann ist er da. Oh, nice. Ich hab mir die fünf Undergrounds. Mhm. Ja, ich hatte ganz lange nix, deswegen. Ich hab die Sona mitgekauft, ne? War im Preis mit drin. Ja, okay, danke sehr. Danke sehr. Tendenziell ist ein S-doch-stärk-halstens-Sona, oder? Guckst du noch? Wird auch gewaffnet oder so. Komm drauf an. Wenn du einen Blitzcrank siehst, ne? Ein Silberner und der ist Gold, das wäre ganz lustig. Nach wie vor. Ja. Ich hoffe, du hast keinen überrollt. Das könnte schon sein. Ich bin so in Underground-Panik gerade, weißt du? Da weiß ich nicht genau, wo mir der Kopf steht. Oh nein, der Gegner kriegt Hilfe. Kannst du rüberkommen? Ach. Ach so, es kam ja von dir. Nee. Okay, jetzt war ich wieder vier Schaden. Oh, der Gegner kriegt jetzt Hilfe. Komm. Mach noch einen Hit. Oh, schade. Viel zu viel Schaden. Viel Schaden. Scoped. Weapons. Oder. Warte, wie viel Gold habe ich? Rich get richer. Weil wir chillen, ja. Trieb mir mal bitte Hatti da, was du möchtest. Oh mein Gott. Ich habe sechs Undergrounds. Ich habe ein Underground-Templen bekommen. Okay. Ich bin jetzt ein fucking Undergroundie. und ich gebe jetzt meinem S die Items, weil ich glaube, dass es stärker ist. Ich habe sechs Undergrounds. Ich habe einfach mal ein Emblem bekommen. Okay, krass. Ich bin einfach crazy. 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 Wer fehlt mir hier? Oh, die Ash. Sechs Undergrounds. Undergrounds. Ey, meine Heist wird sich öffnen. Weil, welcher bin ich denn jetzt gerade? Heist Nummer drei. Ja. Sieht super aus. Wir haben 74 Leben. Das ist ja mal... Super. Was wirklich? Wieso schießen die denn daneben? Ah, ich habe so... Solche Helden manchmal, weißt du? Das Rich get richer jetzt, ne? Mhm. Okay, also du chillst die Basis. Ich chill die Basis. Hast du es geschafft? Oh, ich bin jetzt rübergekommen. Einen Blitz habe ich hier immer noch nicht gesehen. Ich hätte auch schon gerne mehr Silber. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen würfeln soll. Das ist so ein paar wenigstens. Warte ich mal. Das war eine gute Idee. Oh, ich kann ja mal gucken. Ach so, ich kann ja mal gucken. Ich habe leider verloren. Entschuldige. Ich auch. Ach, Quatsch. Ich habe auch verloren. Aber ich habe jetzt... Oh, ganz schön viel. Schade. Ich habe jetzt drei. Keine Warwick leider. Keine Samira. Text-Suite oder Risto. Du bist krankgeschrieben. Also ich sage mal, umständlich sprechen gut. Oh, was hast du denn? Gute Besserung. Doof. Hast du das neue Lied schon gehört? Und das Musik wieder gesehen? Zufällig? Möchtest du haben? Drei Komponenten? Tom of Trades und Reforger. Die vier Championen und vier Gold oder zwei Tier 3s? Es ist Laser Corps. Tom of Trades. Dankeschön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Ganz, ganz wichtig. Brauchst du ein Esrile oder eine Sona? Immer noch? Hm? Esrile oder Sona weiterhin sammeln? Ja. Ich habe beide einmal drin. Ja, ich muss gerade gucken, was ich mache. Ich habe nicht so viel... Hm. Nee, aber ich hätte einen Pantheon. Nee, verkaufe ich. Denkst du, ein Aurelion ist an sich stärker? Als ein Lucian? Äh... Schon, aber dann wird dein Esrile schwächer. Achso. Ja, aber mein Esrile ist Bronz und macht keinen Schaden. Ah, okay. Oh, guck mal, ich könnte mir eine Taktik-Crown holen und viele Loot-Off. Ja, aber es ist nur Items für Champions, die nicht so geil sind. Mach ruhig weiter. Okay. Ähm, Tier 4 Champion, 4 Gold, 2 Training-Dummys, Component Anvil oder 3 Tier 2. Ich glaube, Tier 4. Tier 4? Mhm. Eine Samira. Ja, guck mal. Aber das ist tatsächlich schlecht. Dann verkaufe ich die Kyle, würde ich sagen. Ja. Bye-bye, Kyle. Aber ich brauche halt dringend, äh... Stärkere Charaktere. Okay, das, äh... Gute Besserung, Jojo. Memo an mich, das nächste Mal fragst du nicht so detailliert nach, was man hat. Das ist natürlich sehr ekelig, dass du einen Schleim-Auswurf hast. Das hättest du weglassen können, aber gute Besserung. Oh, ich schaff's nicht, leider. Öffnet sich wohl mal wieder die Underground-Tür. Mhm. Easy. Sorry, das nächste Mal lass ich das weg, danke sehr. Aber gut, Besserung, wie gesagt. Brauchst du Twisted Fate? Äh, nee. Ezreal, Echo, Samira, Fiddle, Janna, Leona, Ultima-Diva-S. Oh Gott. Brauchst du noch einen Ezreal, einen einzelnen... Einzelne Sohne? Äh, nee, ja, Silberne. Mein S ist zwar Bronze, aber ich würfel... Welche von den beiden? Ich muss einen verkaufen. Meine Bank ist von... Wen hast du gefragt jetzt? Ezreal oder Sona? Äh... Ja, weiß ich ja nicht. Stolte ich... Äh... Ja, entscheide ich, entscheide ich selber. Entschide ich selber. Keine Ahnung. Okay. Äh, ich hätte gerne Ezreal. Hast du den behalten? Nein. Verdammt! Sorry. Ah ja, hätte ich ja, hätte ich ja, hätte ich ja, hätte ich ja nicht wissen können, weißt du? Ja. Ah, nice. Okay, das hat funktioniert. Ich habe gerade diese Würfelstrategie gemacht mit Grün. Und jetzt habe ich auch ein S in, äh, Dingenskirchen. Mhm. Ist das wieder Fast Aid? Natürlich ist das Fast Aid. Ist immer Fast Aid. Oh. Du bist erstmal wieder raus. Du musst mal probieren zu schlafen. Gute Besserung. Wie gesagt, falls du einen Einschlaflied brauchst, Moon ist raus. Und ich würde mich freuen, wenn du mal reinhörst. Oder es kommentiert am besten. Falls du nur ein neues, cooles Lied haben willst. Oder so. Samira? Ja, nehme ich. Eine einzelne auch, oder? Oh, warte, ich muss eben abpassen. Ich könnte jetzt nur Gold haben. 100, 100 etwa. Soll ich weiter? Samira, die heiß machen? Geld? Ja. Boah, Geld ist halt schon cool. Und wir haben nicht mehr viel Leben. Ich würde es einsammeln. Okay. Aber der entscheidet jetzt gerade an... Ich schicke dir die einzelne Samira, oder? Ja. Ja, ich muss jetzt immer... Ja. Mach mal. Okay. Okay. Wo war ich denn? Einer Twisted. Twisted? 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 Nicht für mich. Nicht für mich. Was? Belveth oder Aurelion sammeln. Ah, okay. Du? Belveth oder Aurelion sammeln für dich? Weder noch. Ich spiele, was ganz Abgefahrenes. Alle goldenen. Also das ist mein Bild. Alle goldenen. Okay. Ja. Also ohne Witz, das ist mein Bild. Also kein Scheiß. Wollen wir so langsam was tun? Tue ich doch gerade. Ich würfel wie kein anderer. Hallo? Ist das Level 8? Da muss ich mal eben schauen. Ich brauche den hier und die da und die macht hier irgendwas und du da erstmal. So, dann verkaufe ich. Brauche ich eine Janna? Habe ich schon. Echo. Gerade kann ich verkaufen. Ähm. Oh Gott. Wen kannst du nochmal gebrauchen? Warwick. Warwick. Hatte ich bestimmt gerade einen da. Sorry. Leona. Okay. Einen oder einen silbernen? Aktuell einen, weil er ist Bronze. Ich schicke dir einen. Ich habe es geschafft. Ich komme gleich wieder. Brauchst du noch Samiras? Oder eher nicht? Samiras, ja. Samira bleibt im Team. Okay. 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 eine einzige sohne okay ich schicke jetzt ein brauche ich erstmal ups ein so oder wäre ein zweiter gewesen fuck ist egal okay weiter okay hoffen wir mal dass ich jetzt hier alles durchziehe ich glaube ich schaffe ich habe jede runde krass wie funktioniert dieses bild ich habe keine ahnung alleine habe ich noch den aus mordekaiser baust du aber nicht oder bitte mordekaiser baust du hoffentlich nicht so wird ja die einzige sona ne sona okay geil morde sammle ich dir auch zusammen wenn es geht oh nein warum sind da so viele auf einmal hä oh nein das sieht schlecht aus bei mir das sieht schlecht aus bei mir auch leider oh schade aber jetzt kommt die creep runde okay dann nicht mehr paniken nicht paniken okay mordekaiser das ist aber wirklich nett er könnte gut mit nem static sein der ultimative es nicht oder stetik ich glaube nicht jan jan okay okay Ich habe einen silbernen Novarik, den schicke ich dir gleich, ja? Mhm. Oh, leider braucht mein S so lange. Oh, mach dafür gar keinen Schaden, wieso, der hat schon drei Items und das hat nix an Schaden gemacht. Was? Komm schon, oh, ich schaff's, ich schaff's, aber nur, oh, der Gegner kommt rüber, lebst du noch? Ich, äh, brauche leider noch sehr lange, wenn ich es überhaupt schaffe. Oh, ich schaff's nicht. Oh, wie ärgerlich, der Gegner kam rüber. Oh, ich war so richtig gut gerade. Bist du der, Wawik? Oh, nein. Scheiß Prankster. Möchtest du haben, On-Item-Anvil, zwei Completed-Items from Reforger, Thieves, glaub ich, ich hab das Geld, du kannst dir das teurer aufnehmen. Ähm, dann On-Item-Anvil, oder? Dann On-Item-Anvil. Okay. Oh, ich war bei dir. Ich würd' das Leben-Ding nehmen, dann überlebst du länger. Ähm, das ist halt nicht viel auf ... Ist ein Mordekaiser wichtiger oder ein Silberner Warwick? Mordekaiser. Tatsächlich. Okay. Dann verkaufe ich den Silbernen. Mhm. Aua. Okay. Oh, ich fah- oder? Äh, ich schaff's, aber es dauert, bis ich rüberkommen kann. Ich schaff's auch, ich hab's geschafft. Ah, ich hab's auch geschafft. Leben haben wir. Wir haben noch einen. Wir haben keinen roten Rand. Ähm, drei Komponenten, Tomb of Trades und Reforger, Spatula. Wenn du Geld hast, drei Komponenten. Ja. Wenn nicht, dann ... Äh, brauchst du eine Leona? Eine Leona, ja. Dann kann ich dir die jetzt schicken, eine einzelne ist es nur. Ja. Oder der Nuno, aber es ist gleich Leona, ja. Okay. Das ist Leona. Dankeschön. Dann krieg ich eventuell eine Samira. Oh Mist. Eine Samira bekomm ich gegebenenfalls auf Dingskirchen. Okay. Okay. Oh, ich will gar nicht gucken gerade. Ich muss gegen die Undergrounds mich vorhin fertig gemacht haben. Oh ja, das sieht schlecht aus. Ich schaff's nicht. Ich komm rüber. Nein. Nein. Ich hab's nicht geschafft, ja. Aber ey, wir können sich das aussuchen. Ja. Alter, Falda, da ist so ein verrücktes Bild. Ich würd mir den S nehmen, weil dann hab ich einen Silber, ne? Ja. Ich würd mir auf den Falle den Unterschied machen. Okay. Können wir da immer noch nicht schicken? Verdammt. Komm, schau, bitte lass uns das noch gewinnen. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Immer noch? Ich auch. Es sieht gut aus gerade. Es sieht immer noch gut aus. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bitte, bitte lebe noch. Ich bin nur niemanden tot. Oh. Wenn du noch richtig lange überlebst, hier haben wir einen krassen S hier. Mhm. Der aber so lange braucht, dass er seine Ult machen kann. Oh, wir haben den ersten hier vermöbelt. Boah. Ich halt wüsste, was das macht, ne? Das genau. Ja, warte, ich muss erst mal eine Weih verkaufen. Ähm. Obsidian Cleaver. Der Mordecaiser ist da. Das kriegt mal eine Dingskirchen. Nein. Da wird's vielleicht maybe ein Fehler gemacht. Mhm. Oh, das ist... Nee, ich hab gewonnen. Richtig. Okay, du bist alleine. Viel Spaß. Ich guck gar nicht erst. Ich bin gar nicht auf dem Board. Ja, guck mal. Easy. Haben wir geschafft? Ja, ja, ja. Gott. Easy. Ich brauch nur noch eine einzige Samira. Ich hab die hier stehen. Soll ich die verkaufen? Ja, sofort bitte. Sofort, sofort. Ist weg. Hast du? Ja. Hat nicht funktioniert. Schade. Vielleicht hat's ja jetzt funktioniert. Nein. Nein. Ja. Äh, 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 oh, ey. Verkauf ich den. Oh, goldener Samira. Oh nein, eine goldene Leona. Äh, silberne. Silberne Leona, Entschuldigung. Nice. Ich hab jetzt nen Boost, Mann. Ich hab jetzt nen richtigen Boost. Guck dir das mal an. Ja. Das pfeffert jetzt. Halt lange aus, bitte. Ich versuch's. Komm schon. Muss doch irgendwas machen. Ja, ich komm mit richtig vielen Charakteren. Oh mein Gott. Oh Gott. Hi. Das ist Leben am Limit, Mann. Das ist Leben am Limit. Aber das pfeffert hier. Warum sind die alle gestunt? Oh, wir haben's doch geschafft. Mhm. Oh. Ey, das war knapp. Knapper als knapp. Mhm. Tja, jetzt brauch ich auch gar nicht mehr Würfeln hier, ne? Kann ich auch chillen. Was haben wir denn hier? Ein S, den hab ich auch verkauft. Mordekaiser. Verhalt den mal. Ne, verkauf den mal, weil das dauert viel zu lange, glaub ich, den Schicken kann. Okay. Ey, guck dir mal mein Bild an. Das ist einfach ungeheuerlich. Mhm. Na, gucken alle drauf. Gibt's irgendwie so's wie... Ah. Ne. Gucken wir mal. Ich hoffe, du beeilst dich. Na, das sieht diesmal so aus, als ob ich's nicht schaffe. Oh nein. Vielleicht, wenn du dich beeilst. Mhm. Okay, dann halte aus. Vielleicht reicht das irgendwie. Oh, bei mir geht das. Ich mach das. Ich komm rüber, ich komm rüber. Mit ganz viel, äh, gewumms. Oh mein Gott, war das knapp. Leben am Limit. Haben wir rausgepreppert. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Ähm, ne. Immer noch nicht. Alle sind auf eins irgendwie. Oh, wieso? Irgendwas noch hier. Dann macht die Rüstung. So will ich nicht. Ultima Tiva S. Oh, scheiße. Und ich kann nichts machen. Ach, wie ärgerlich. Schade. Ich hab drei mich fort, ja, leider auf der Bank. Hm. Oh, dann hab ich, dann hab ich den nochmal gesehen. Ach so, der ist das, oh. Oh, das sieht jetzt, das ist der böse Gnar. Oh, wenn der die Ult macht, ne. Ich hab ihn, hab ich ihn kaputt gekriegt? Ich will nicht. Oh, er ist fast, oh nein. Wirklich. Ja. Ich schaff's auch nicht. Nein, 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 nein. Come on, oh. Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Der Gnar hat's leider, leider geregelt. Hat der noch wenigstens verlieren. Der eine hat leider gewonnen. Beide haben gewonnen. Schade, wir sind gut da. Aber ey, was war das denn bitte für ein Bild? Wie viele goldenen Charaktere möchtest du haben? Ja. Ah, crazy. Pestancy? Bitte? Wie viele goldenen Charaktere möchten sie haben? Ja. Ja. Noch ein kleines Spielchen. Okay, eins noch. Oder möchtest du zum Abschluss lieber ein Geistchen jagen? Ja. Ja.